Robert Sesselmann von der AfD hat sich bei der Stichwahl um das Landratsamt in Thüringen durchgesetzt. Damit stellt die AfD zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Landrat, und zwar im Kreis Sonneberg. Aber wie viel Macht und Einfluss gewinnt die AfD dadurch wirklich? Und was ist eigentlich mit der Landtagswahl in Thüringen nächstes Jahr? Was klären wir jetzt? Erstmal zum konkreten Fall. Wir sehen hier, dass die AfD zum ersten Mal in der Lage ist, exekutive Macht zu erlangen. Sie ist jetzt nicht nur in Parlamenten und kann dort Gesetze einbringen und mitbestimmen, sondern diese auch umsetzen. Zwar sind die Möglichkeiten für einen Landrat nicht allzu groß, immerhin ist er an Landes- und natürlich auch an Bundesgesetze gebunden. So zum Beispiel auch beim Thema Flüchtlinge. Das ist ja eines der Kernthemen der AfD. Wenn das Land oder der Bund entscheidet, dass Flüchtlinge nach einer bestimmten Quote auf Landkreise verteilt werden, dann kann selbst Sesselmann sich nicht dagegen wehren. Er muss das Gesetz dazu ausführen. Gleiches galt etwa bei den Corona-Verordnungen von Bund und Ländern. Und trotzdem hat Sesselmann als zukünftiger Landrat einiges an Macht. So muss er zwar die Quote an Flüchtlingen umsetzen, er kann jedoch entscheiden, wie das in seinem Landkreis geschehen soll. So kann er zum Beispiel entscheiden, ob die Menschen in Schutenhallen kommen oder doch einzeln in private Wohnungen. Falls die AfD mit ihren Drohungen ernst macht und sich Sesselmann als Landrat weigern sollte, Landes- und Bundesgesetze umzusetzen, dann kann das Land disziplinarrechtlich gegen ihn vorgehen. Das fängt von einem einfachen Verweis an, kann aber sogar bis zur Entlassung gehen. Nehmen wir erstmal an, dass es soweit nicht kommen wird. Über die politischen Aufgaben hinaus hat ein Landrat noch wichtige Aufgaben in der Verwaltung. Er ist schließlich der oberste Beamter seines Landkreises und damit auch Vorgesetzter von allen Beamten und Angestellten der Kreisverwaltung. Also auch von Schulen, der Feuerwehr und so weiter. Sesselmann entscheidet in der Zukunft, welche Menschen eingestellt, versetzt oder entlassen werden. Dazu kommt, dass er den Kreistag leitet. Er hat damit großen Einfluss darauf, welche Themen dort überhaupt debattiert werden. Dabei kann man natürlich noch nicht absehen, wie und ob er seine gewonnene Macht politisch für sich und die AfD nutzen wird. Aber nutzen kann Sesselmann seine Macht auf jeden Fall in der Kommunikation nach außen. Wenn also der Bund oder ein anderer Landkreis mit dem Landkreis Sonneberg zusammenarbeiten will, dann müssen sie das zukünftig mit den AfD-Mannen machen. Da führt kein Weg an ihm vorbei. Wahlkampf gemacht hat Sesselmann hauptsächlich mit bundespolitischen Themen. Besonders das Heißungsgesetz, Flüchtlinge oder der Krieg in der Ukraine waren für ihn wichtig. Dabei haben wir ja schon geklärt, wirklich viel Gestaltungsmacht hat er als Landrat bei diesen Themen gar nicht. Es ist dazu kaum absehbar, was er mit dem Landkreis überhaupt vorhat. Wichtige für den Landkreis relevante Themen waren nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Aber diese Themenbereiche, die jetzt konkret hier vor Ort sind, die interessieren die Leute nicht. Die Leute, die sie auf der Straße treffen, die interessiert, wie geht es denn jetzt weiter mit den Russland-Sanktionen. Und was bedeutet das alles für die Landtagswahl in Thüringen 2025? 2025? Naja, das ist natürlich alles Kaffeesatzleserei. Aber auch hier scheint einiges sicher zu sein. Dass es die AfD ausgerechnet in Thüringen geschafft hat, als erstes an exekutive Macht zu gelangen, kommt ja nicht plötzlich, sondern ist Ergebnis von jahrelangen Prozessen. Schon bei der Landtagswahl 2019 war die AfD in der Lage, die zweitmeisten Stimmen zu erhalten. Der Fall Kemmerich, bei dem der FDP-Mann nur wegen Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten für zwei Tage gewählt wurde, zeigt, welchen Einfluss die AfD in Thüringen haben kann. Und es zeigt auch, wie etabliert die AfD in diesem Bundesland bereits ist. Man darf nicht vergessen, dass mit den Sitzenden im Landtag, und davon hat die AfD ja einige, eine Menge Gelder verbunden sind. Damit war die Partei in der Lage, im gesamten Bundesland Strukturen zu etablieren, von denen sie jetzt anfangen, Nutzen zu tragen. Wenn man sich aktuelle Umfragen zur nächsten Landtagswahl anschaut, dann sieht man recht schnell, dass die AfD ihre Macht weiter ausbauen kann. Noch darf man annehmen, dass die CDU oder andere Parteien nicht mit ihr korrelieren werden. Aber erschreckenderweise scheint auch das nur eine Frage der Zeit zu sein. Denn auch die CDU in Thüringen bröckelt vor sich hin. Der Wahlkampf nächstes Jahr wird auf jeden Fall spannend. Die CDU in Thüringen bröckelt vor sich hin.